Unerwartete Vertretung Karl Gustav von Schweden lässt aufhorchen Am vergangenen Wochenende sorgte eine unerwartete Nachricht aus dem schwedischen Königshaus für Aufsehen. König Karl Gustav von Schweden musste aufgrund gesundheitlicher Probleme alle offiziellen Termine absagen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Dies führte zu Spekulationen über die Zukunft des Monarchen und die Rolle seiner Vertretung. Normalerweise übernimmt die Königin Silvia die offiziellen Pflichten des Königs, wenn dieser ausfällt. Doch dieses Mal überraschte das schwedische Königshaus mit einer unerwarteten Entscheidung statt der Königin wurde Kronprinzessin Viktoria zur offiziellen Vertretung ernannt. Die Kronprinzessin, die bereits seit Jahren auf ihre zukünftige Rolle als Königin vorbereitet wird, übernahm die offiziellen Termine mit Bravour. Sie zeigte sich souverän und professionell, was von vielen Schweden positiv aufgenommen wurde. Die plötzliche Vertretung der Kronprinzessin sorgte für Diskussionen über die Zukunft des schwedischen Königshauses. Einige sehen darin eine Vorbereitung auf den Thronwechsel, während andere betonen, dass König Karl Gustav nach seiner Genesung wieder vollständig zurückkehren wird. In jedem Fall hat die Kronprinzessin mit ihrer Vertretung gezeigt, dass sie bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen und das schwedische Königshaus erfolgreich zu repräsentieren. Die Zukunft des Monarchen und seiner Vertretung bleibt spannend und wird weiterhin die Gemüter bewegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017